Hallo liebe Fabela-Eimek-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einer Vorschau zu Oceanhorn. Es gibt zwar nur wenige neue Bilder, dafür aber ein paar neue Informationen zu dem spannenden Projekt. Der Titel befindet sich seit 2010 in Entwicklung, zumindest gab es da die erste Idee. Und ursprünglich sollte das Spiel noch 2012 erscheinen. Doch die Entwickler haben wahrhaft Episches mit dem Spiel vor und bei vielen iOS-Spielern zählt das Adventure nach wie vor zu den am meisten erwarteten Spielen für 2013. Bei Oceanhorn handelt es sich um einen Mix aus Rollenspiel und Action-Adventure, der von den Bildern her stark an die Zelda-Serie von Nintendo erinnert. Das Spiel wird von Cornfox & Brothers entwickelt und von FDG Entertainment veröffentlicht. Cornfox & Brothers hat unter anderem das Death Rally Remake für iOS entwickelt. Von FDG stammen unter anderem Bananacong, Cover Orange und Captain Antarctica. Die Geschichte von Oceanhorn spielt im Land Arcadia. Dieses Land wurde vor rund 1000 Jahren von einer schweren Katastrophe getroffen. Ähnlich wie die Bewohner von Atlantis ging das Volk der Arcadia unter. Drei grausame Seemonster teilten das Land unter sich auf. Heute lebt nur noch eins der Monster, Oceanhorn. Der Spieler übernimmt nun die Kontrolle über einen Helden, dessen Vater sich aufgemacht hat, das Monster zu jagen. Nur mit Hilfe des Notizbuchs des Vaters ausgerüstet, macht ihr euch auf, das Geheimnis um die Katastrophe von Arcadia zu lüften, den verschwundenen Vater aufzuspüren und um es mit Oceanhorn aufzunehmen. Die Geschichte wird über Zwischensequenzen erzählt. Eine Sprachausgabe wird mit an Bord sein. Das eigentliche Gameplay erinnert nun stark an Zelda. Ihr bewegt euren Helden auf einer Oberwelt und müsst verschiedene Dungeons bereisen. Diese strotzen vor Fallen und Rätseln. Die Entwickler sprechen in ihrem Block von Pfeilfallen, Stacheln, Schaltern, auftauchenden Blöcken, Lasertürmen, zahlreichen Gegnern und Bosskämpfen. Mit einem Schwert bewaffnet könnt ihr die Feinde mit einfachen oder aufgeladenen Schlägen niederstrecken. Auch Pfeil und Bogen, Bomben und ein Schild gehören zum Repertoire des Helden. Solange ihr über Mana verfügt, könnt ihr auch Zaubersprüche gegen die Gegner anwenden. So könnt ihr Feuerbälle schleudern oder mit Magie Gegenstände aus der Umgebung auf die Feinde werfen. Mit Hilfe von Geld könnt ihr eure Zauber- und Ausrüstungsgegenstände zu mächtigeren Instrumenten upgraden. Eure Erfolge wie erledigte Gegner und gefundene Schätze könnt ihr in sozialen Netzen teilen. Wenn ihr gerade nicht im Kampf seid, könnt ihr allerlei Objekte wie Steine oder Krüge aufheben, um drunter zu schauen oder sie wegzuwerfen. Die Steuerung soll dabei die verschiedenen Geschmäcker berücksichtigen. Das bedeutet, vermutlich wird es mehrere Optionen geben. Von klassischen Tab-Steuerungen bis hin zu Versionen mit virtuellem Analogstick und eingeblendeten Buttons. Die Entwickler machen keinen Hehl daraus, dass sie sich an Spieleklassikern wie Secret of Mana oder Final Fantasy Adventure orientiert haben. Die Entwickler möchten insbesondere die Magie dieser Klassiker einfangen und einen einzigartigen Mix aus einer spannenden Geschichte sowie einer riesigen Welt voller Zauberrätsel und Geheimnisse erschaffen. Die bis jetzt gezeigte Grafik sieht bezaubernd aus. Die Entwickler setzen bei der Grafik-Engine auf eine Eigenentwicklung, welche die Hardware optimal ausnutzen soll. Dabei testen die Entwickler das Spiel auch auf älteren iOS-Geräten, so dass sich insbesondere Besitzer älterer iPhones und iPods, wie beispielsweise einem iPhone 3GS, wohl darauf freuen können, dass das Spiel auch bei ihnen läuft. Oceanhorn soll ein klassisches Bezahlspiel werden. In-App-Käufe sollen aufgrund der Überzeugung der Entwickler nur für wertvollen zusätzlichen Inhalt, wie beispielsweise eine Fortführung der Geschichte nach dem eigentlichen Abenteuer, eingesetzt werden. Die Partnerschaft mit FDG ermöglicht es den Entwicklern unter anderem, das Spiel in verschiedenen Sprachen anzubieten. Aufgrund der deutschen Wurzeln von FDG dürft ihr euch somit jetzt schon auf ein komplett eingedeutschtes Abenteuer freuen. Einen genauen Erscheinungstermin gibt es leider noch nicht. Es soll im Lauf des Jahres soweit sein. Nach derzeitigem Stand erscheint Oceanhorn exklusiv für iPod Touch iPhone und iPad. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, sagt euer Fabian.